Servus liebe Freunde, ein Gewinnspiel war angekündigt und hier ist es auch schon. Leider ein bisschen modifiziert, muss ich leider sagen, denn die Aufnahmefunktion in der G-Challenge, die funktioniert leider nicht so wie sie soll. Zwar kann man das wunderbar im Replay-Editor auf Aufnahme drücken, aber zumindest bei mir kam kein einziges Video auf dem Desktop an. Ich habe da ein bisschen rumgespielt und rumexperimentiert, mit der Browser-Version irgendwie funktioniert das, mit der normalen Version leider irgendwie nicht. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwann hin, so macht das jedenfalls überhaupt keinen Sinn und deswegen machen wir das ein bisschen anders. Und zwar hätte ich gerne von euch ein hübsches Gedicht in den Kommentaren, ja sehr einfallsreich, was willst du machen? Und zwar soll es mit der G-Challenge natürlich zu tun haben irgendwie, lasst euch was einfallen, wird bestimmt witzig. Was gibt es zu gewinnen? Ich habe noch einen ganzen Sack voll Kies, hauptsächlich für Steam, die ich vergeben kann, nicht nur Kies, sondern auch direkt im Inventar, Gifts und so weiter zum Weitergeben. Ich werde mal eine kleine, nicht ganz vollständige Liste in die Videobeschreibung reinpacken. Da sind Dinger dabei wie Trackmania Stadium 2, Die Sims, Faster Than Light, Lunalander und alle möglichen Krimskrams. Ziemlich viele Games, wo ich auch schon selber mal gespielt habe, wo ich also durchaus sagen kann, ja es ist kein allzu großer Schrott dabei, keine Sorge. Und der Gewinner, den ich mir dann aussuchen werde, wer das schönste Ding geschrieben hat, der bekommt nicht nur das Gedicht von mir vorgelesen, sondern der kann sich von dieser Liste ein Game aussuchen. Und der Rest der Games, die werden wir dann die nächsten Wochen und Monate irgendwann weiter raushauen. Vielleicht funktioniert da irgendwann die Aufnahmefunktion wieder. Vielleicht machen wir es auch dann irgendwann mal anders mit irgendwas anderem. Keine Ahnung. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Gedichte schreiben, Dichten, Poetieren. Die Auflösung gibt es dann in genau einer Woche am Dienstag den, ja jetzt ne, nur keinen Fehler machen, den 14. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Euer Appenzack. Bye bye. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche.